Kopf einziehen und durch. Hallo, Roland Mack aus dem Europaparein. Ihn kennen viele, sein Lebenswerk alle. Man sprach gerne von der Mack-Qualität. Wir werden darum eine Geschichte bauen. Europas Hochgeschwindigkeitsunternehmer Nummer 1. Weil es Roland Mack hier so gibt, wie sonst nie. Der heizt nun voll Dampf den Brotofen. Voller Einsatz. Hier haben wir einen Bang nach außen, schauen Sie. Voller Einsatz. Voller Einsatz. Die Herausforderung meines lieben Freundes DJ Bobo aus der Schweiz. Nehme ich nun auf diese Herausforderung an. Voller Einsatz. Nehme ich nun auf diese Herausforderung an. Voller Einsatz. Der Mack kann's schon. Also bleiben Sie dran, schalten Sie ein. Wir werden in wenigen Wochen schon die ersten Stützen ziehen. Jetzt geht's durch den Ludwig. Voller Einsatz. Jetzt geht's gleich richtig zur Sache. Roland Mack hat immer noch Spaß. Also bleiben Sie dran, schalten Sie ein. Bleiben Sie dran, schalten Sie ein. Bleiben Sie dran, schalten Sie ein. Voller Einsatz. Roland Mack kann's schon. Zweimal über Kopp. Juhu. Mack kann's schon. Voller Einsatz. Geht's gleich richtig zur Sache. Ich wollte gar nicht Fußball spielen mit 13, 14 und Voller Einsatz. Ich habe nicht Fußball gespielt. Du gehst ans Reißbrett. Ich habe dir ein Reißbrett gekauft. Hier haben wir einen Bang nach außen, schauen Sie. Zigtausende Male fährt er mit. Und immer noch kann er zum Kind gehen. Ganz stolz. Das wird jetzt gedauert. Und jetzt ein Bang mit 65 Grad. Und jetzt ein Bang mit 65 Grad. Man fragt gerne von der Mack-Qualität, die wie Mercedes ist. Der Mack-Qualität. Der Mack-Qualität. Eines der unzähligen Ergebnisse. Mack-Scher Detailliebe. Weil sie einfach perfekt gebaut wurden. Mack-Scher Detailliebe. Weil sie einfach perfekt gebaut wurden. Mack-Qualität. Der Mack-Qualität. Der Mack-Qualität. Der Mack-Qualität ist vorne weg. Mack-Scher Detailliebe. Juhu. Roland Mack-Rakanzo. Mr. Europa-Park. In den Katakomben wird er von einem Rollercoaster-Fan entdeckt. Vielleicht finden wir auch zusammen dann einen tollen Namen. Airtime. Ich wünsche mir eure Unterstützung. Und ich hoffe, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben hier in der Familie Mack. Ist das gelogen, die Überraschung. Wir haben hier in der Familie Mack. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und jetzt ein Bang mit 65 Grad. Wir haben hier in der Familie Mack. Ist das gelogen, die Überraschung. Dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben hier in der Familie Mack. Airtime. Ist überhaupt nicht neidisch, wenn jemand eine tolle Idee hat und die auch konsequent umsetzt. Zum Erfolg des Familienunternehmens, zum Erfolg des Produkts. Airtime. Ein S. Ganz rasant gefahren. Ich bedanke mich für ihre Treue. Und jetzt ein Bang mit 65 Grad. Ich bedanke mich. Ganz rasant gefahren. Zurück in die Blockbremse. Wieder mit Magnetbremsen wird der Zug hier gehalten. Da geht mein Herz auf, wenn ich sowas sehe. Das ist...